Nach Fallschirm-Drama, Insta-Star zeigt mutige Inkontinenz. Sie ist froh, dass sie überhaupt lebt! 2013 ging ein Urlaubsausflug gehörig schief für Emma Carey. Der Fallschirm der Australierin öffnete sich bei ihrem allerersten Sprung nicht. Fast ungebremst knallte die Blondine zu Boden. Sie überlebt! Ärzte sagten dem Sozial-Media-Star allerdings, er wird nie wieder laufen können. Falsch gedacht, heute ist Emma wieder auf den Beinen. Nur eines kann und wird nicht mehr heilen, ihre Blase und ihr Darm. Ihre Inkontinenz teilte die YouTuberin nun mutig mit ihren Instagram-Followern, so sehe ich jeden Tag aus. Mehrere Male. Ich glaube, weil ich wieder laufen kann, denken die Leute, ich hätte mich komplett von meiner Rückenmarksverletzung erholt, aber die Wahrheit ist, dass ich mit vielen Langzeitfolgen kämpfen muss. Eine davon sei, dass sie komplett inkontinent ist.